Musik Hey Experten, wie kommt man in das Himmelreich? Oh, wer so fragt, der hat's tatsächlich kapiert. Frag doch einfach die Experten, die erfahrenen, erfahrenen im Ganzsein, da sein, die im Sinn, in Seele, in Herzen. Was ist der Mensch, wer ist's, der sich kennt? Wer ist Gott, was kann schief gehen, wenn ich ihn nicht kenne? Geht der Weg ins Paradies zurück, kommt man aus der Hölle wieder raus. Wen würdest du fragen, wem traust du dich zu, zu sagen, ich kenn mich wirklich da nicht aus. Bevor du studierst, das darfst du auch tun. Setz dich hin zu seinen Füßen und beginn dort zu ruhen. Werdet wie die Kinder, Kinder werden. Wie kommt man in das Himmelreich? Frag doch einfach die Experten. Werdet wie die Kinder, werden, Kinder werden, werden, Kinder werden. Wie kommt man in das Himmelreich? Frag doch einfach die Experten. Hey Experten, wem gehört das Himmelreich? Oh, wer so fragt, der hat's tatsächlich kapiert. Mag doch einfach die Experten, die Erfahrenen, Erfahrenen im Ganzsein, hier sein. Die im Sinn, in Seele, in Herzen. Wie lebt man Kirche richtig, föderal, synodal, demokratisch? Und was ist bloß Ethik? Muss ich sonntags zu Hause bleiben? Darf im Godi nur Arbeit betreiben? Wie kann ich Bibelgeschichten richtig gewichten? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt. Welcher Ende schaue dann und folge dir am Glauben nach? Werdet wie die Kinder, Kinder werden. Wie kommt man in das Himmelreich? Frag doch einfach die Experten. Werdet wie die Kinder werden, werden Kinder, Kinder werden Kinder. Wie kommt man in das Himmelreich? Frag doch einfach die Experten. Wer hat gehört vom Himmelreich, von diesem Schatz, der zu heben ist? Frag doch einfach die Experten, die Erfahrenen, Erfahrenen im Ganzsein, jetzt sein. Die im Sinn, in Seele, in Herzen. Sexualität, Partnerschaft und was ist, wenn ein Junge Jungs küsst? Und wenn ich nicht weiß, was der Wille Gottes ist, ich seine Stimme nicht höre und trotz des Geistes in mir noch so verloren bin, wer wie was bin ich? Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch. Ewigkeit. Werdet wie die Kinder werden, Kinder werden. Werdet wie die Kinder, Kinder werden, Kinder, Kinder werden, werden. Werdet wie die Kinder werden, Kinder werden, werden Kinder, Kinder werden. Werdet wie die Kinder, werden den Kindern gleich. Werdet wie die Kinder werden, Kinder werden, wie kommt man in das Himmelreich. Frag doch einfach die Experten.